Die Airbase Rammstein Warum ist die Airbase Rammstein für den Drohnenkrieg so wichtig? Die US-Drohnenpiloten in der Wüste von New Mexico und Nevada senden den elektronischen Einsatzbefehl für die Drohnen per Unterseekabel zu Airbase Rammstein. Die Relaisstation auf der Airbase Rammstein gibt diesen Befehl weiter und sendet ihn direkt an die Drohnen, die ihre tödliche Last ins Ziel bringen. Diese Weiterleitung ist durch die Ellipsenform der Erde notwendig. Drohnen vom deutschen Boden aus tritten überall in der Welt. In Augenblicken, wo es keiner erwartet. Sie töten im Wesentlichen Zivilisten. Bisher ca. 10.000. Drohneneinsätze widersprechen dem Völkerrecht. Wir wollen diese völkerrechtswidrigen Drohneneinsätze beenden. Die Kampagne Stopp Rammstein hat sich als Ziel gesetzt, den Drohnenkrieg zu beenden, Drohneneinsätze von deutschem Boden aus zu stoppen und langfristig die Airbase Rammstein zu schließen. Für Rammstein 2017 planen wir diesmal viele großartige, vielfältige und bunte Aktionen. Wir haben unter anderem ein Friedenscamp vom 3. bis zum 10. September, wo sich die Aktivisten treffen können, wo es Musik geben wird, wo es Workshops geben wird und wo ihr euch einfach austauschen könnt. Wir haben den internationalen Kongress, den No-Basis-Kongress, am Freitag, dem 8.9. Und wir machen natürlich wieder am Samstag eine Menschenkette und dieses Mal als neues Element ein Friedensfestival. Bei diesem Friedensfestival werden große Künstler auftreten, unter anderem Patrice, Leslie Clio und Dieter Haller-Vorden und noch viele, viele andere. Dieses Friedensfestival ist für uns eine große Herausforderung, was wir natürlich auch finanziell stemmen müssen. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung und deswegen bitten wir euch, spendet, denn Rammstein 2017 geht nur mit euch, mit eurer Hilfe. Es ist ja unglaublich cool, wenn ihr die Kampagne unterstützen würdet, wenn ihr es euren Freunden erzählt, wenn ihr zum Camp und zum Festival kommt, zur Demo und auch wenn ihr uns mit Spenden unterstützen könntet, denn wir brauchen wirklich jeden Cent, um das Festival und das Camp zu finanzieren. Wir brauchen euch. Nur mit eurer Hilfe können wir den Laden dicht machen. Kommt zu Stopp Rammstein 2017. Bis bald. Schallam, Krabbe-Rim, lass uns für Frieden auf die Straßen ziehen. Nie wieder Krieg, öffne Grenzen der Angst mit Herzmusik. Schallam, Krabbe-Rim, lass uns träumen von der Frieden zu tun.